Hallo, ich bin Klaus und ich unterrichte heute das Fach Darstellende Kunst für Sie. Das heißt, wir lernen hier, wie der Schauspieler agiert und der Zuschauer richtig applaudiert. Der Schauspieler, der muss immer laut sprechen. Sie kennen das ja sicher, wenn die so rumschreien. Deswegen wollen viele eher hinten sitzen, damit sie die Spucke nicht abbekommen. Ich natürlich nicht, denn ich stehe auf der Bühne und wenn's so Rolle passt, dann schreie ich auch mal. Ich habe heute einen erstklassigen Regisseur in der Leitung, der sich da richtig gut auskennt und uns einige Dinge erklären kann. Herzlich willkommen, Herr Wolfi Wodak. Ich freue mich über die Einladung und habe heute für euch ein richtig schönes Stück mitgebracht. Es heißt Romeo und Julia und ist ein Stück über Liebe und Tod. Klaus, was würdest du denn gerne spielen? Ich würde gerne die Hauptfigur spielen, den Benvolio, weil er einfach die interessanteste Figur im ganzen Stück ist, soweit ich weiß. Aber Romeo ist doch die Hauptfigur. Gut, dann spiele ich halt in Doppelbesetzung, also den Romeo und den Benvolio. Und den Löwen würde ich dann gerne auch noch spielen, also ich habe zu Hause so ein Löwenkostüm mit ganz süßen Tatzen, das kann ich gerne mitbringen, wenn ihr wollt. Na, wir gucken mal, Klaus. So, alle auf Position, wir beginnen mit der öffentlichen Probe. Heute machen wir endlich die Balkonszene. Und bitte. Doch still. Was schimmert durch das Fenster dort? Es ist der Ost und Julia ist die Sonne. Wemir? Stopp! Das ist erschrecklich. Angela, was spielst du denn da? Wir sind hier nicht am Provinztheater. Nimm dir ein Beispiel an Klaus. Der lebt das richtig. Oh, Romeo. Leg deinen Namen ab und für den Namen, der dein Selbst nicht ist, nimm meines ganz. Ich nehme dich beim Wort. Nen liebster mich, so bin ich dann neu getauft und will hinfort nicht Romeo mehr sein. Den hast du nicht geschwurr? Gönnt diesen Gruß dir nur. Kehr um und zieh, Romeo. Hm, Tybald, die Ursache, die ich habe, dich zu lieben, mildert sehr die Wut, die sonst auf diesen Gruß sich ziemt. Und ich glaube, ich habe den Text vergessen. Hat jemand von euch vielleicht ein Hustenbonbon für mich? Nein, falscher Text. Der Apotheker kommt später. Könnt ihr bitte euren Text lernen? Jetzt kommt Mercutio, Kampfeslustig auf die Bühne. Zieht euren Degen aus der Scheide und kämmt gegen mich. Er hat gerade Scheide gesagt. Kommt jetzt nicht Romeo, ich bin doch die Hauptfigur, dachte ich. Ne? Nein, das reicht erst mal. Ihr habt das toll gemacht. Klaus, du wolltest uns noch erklären, wie man applaudiert. Ähm, ich bin zwar noch im Kostüm, aber ich kann das kurz erklären. Also man klatscht kurz in die Hände und dann immer schneller und schneller, bis es wie gebratener Speck klingt. Also man klatscht kurz in die Hände und 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 die Hände. Also man klatscht kurz in die Hände und die Hände.